Ich begrüße dich zu dem Thema Two-Way-Stretch. Der Two-Way-Stretch ist ein wichtiges Pilates-Prinzip. Jay Grimes hat dazu gesagt, the more length, the more strength. Und streck beide Arme über den Kopf nach hinten und jetzt finde nochmal Länge. Denk aber trotzdem nicht morgens im Bett, ich ziehe mich lang, sondern meine Rippen sind unten, mein Darmbandstachel zieht nach oben. Ich ziehe mich vom Zentrum aus nach unten und vom Zentrum aus nach oben in die andere Richtung. Beug das Bein, die Arme kannst du da lassen. Denk an hinter den Sitzbeinhöckern, Darmbandstachel weg von den Oberschenkeln und dann beide Beine. Gut, wenn das kein Two-Way-Stretch ist, dann weiß ich auch nicht. Füße nach oben, Beckenknochen weg von den Oberschenkeln, Brustbein heben, Open Leg Rocker. Einatmen, roll zurück, ausatmen, komm wieder hoch. Und du behältst diese Aufspannung. Und du behältst diese Aufspannung.